Nein, 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 nein! Ähm, falls sich jetzt gerade jemand wundert, warum die Spinne schon bei mir ist, das liegt gerade daran, weil ich aus Versehen auf die Pause-Taste gekommen bin und es jetzt erst bemerkt habe. Tut mir leid. Äh, scheiß. Äh, Mist. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Mist. Oh, ich kann mich bewegen. Komm, 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 komm. Die Spinne hat uns eingenetzt. Ähm, komm, 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 komm. Ja, ja, ja! Oh, jetzt zumpeln wir davon in unseren, äh, in unserem Spinnkokon. Alter, was war das denn gerade? Das war ja ekelhaft. Oh, wo sind Fliegen? War, ich liebe die Grafik. Ganz ehrlich. Komm, komm. Nein! Naja, Satz mit X war wohl nichts. Okay, humpeln wir weiter. Kann da das nicht loswerden, irgendwie? Nein! Hm, okay. Naja. Tod sind wir. Können wir überhaupt springen, ja? Ich mache sozusagen davor... Stopp. Noch ein Stück. Nein! Mist. 20 Folgen später und wir haben es endlich geschafft. So, ich mache davor... Nein! Oh, Mensch! Was für ein geiler Folgenanfang. Ja, und damit möchte ich euch erstmal... Äh, ja. Das habe ich voll vergessen zu sagen. Willkommen in einer neuen Folge de Limbo. Äh, Limbo... Äh, Limbo... Äh, Limbo-Tanzen. Wir tanzen heute Limbo. Ähm. Bis in den Wasser graben. Komm, jetzt schaffen wir es aber. Komm, jetzt... Jetzt schaffen wir es. Jetzt schaffen wir es wirklich. So, noch ein Stück. Stopp. Ich fress ein Besen. Aber wie werden wir... Äh, wie werden wir dieses... Äh... Spinnnetz wieder los? So, warte. Einen Moment. So... Jetzt springe ich. So. Ja, wir haben es geschafft. Irgendwo ist so eine lästige Fliege. So, komm. Berg hoch. Und jetzt den Berg hier runter. Nein! Das ist echt blöd mit diesem Spinnnetz. Gucken. Oh, Mensch. Komm. Ah, gut. Wir fangen wenigstens nicht wieder... Ähm, dort hinten an. Komm. Spring, 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 spring. Oh, nein. Was? Mist. Naja, äh, äh... Da zeige ich wenigstens mal ein paar Sterbearten. Ist auch okay. Jetzt fange ich schon wieder hier unten an. Komm, spring. So. Okay. So, weg, 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 weg. Oh, Gott. Ich will ja gar nicht aussehen, wonach das gerade aussah. Vielleicht auch so ein Spinnenbein oder sowas. Oh, Gott. Was ist denn dort unten? Nein! Naja, ich wollte es mal zeigen, ne? Mal nur so ein bisschen zeigen. Muss ja auch mal sein. So. Hm, wie lange da... Oh, Gott. Guckt mal nach hinten. Guckt mal, Leute. Oh, 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 oh. Dort ist der, da, oh, oh, dort ist die Spinne. Dort ist die Spinne. Dort ist die Spinne. Dort ist die Spinne. Guckt mal, Leute, die Spinne ist da. Oh. Aua. Aua. Komm, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Los, los, los. Alter, der hat irgendwas am Haar klemmt. Guckt mal. noch so ein Spinnnetz-Teil. Er hat noch so einen kleinen Spinnnetz am Ding. Nein! Mist. Äh. Dort oben hängt eine Falle. Boah, die Spinne. So. Weiter geht's. Aber ich glaub, die haben wir jetzt abgehängt. So, wo kommen wir jetzt hin? Oh, Gottes Willen. Äh, okay, hier nehm ich mal Anlauf. Puh. Nein! Oh. Gott, haben wir geschafft. Das ist richtig, äh, richtig schwierig ab und zu. Was? Mist. Oh, die Musik im Hintergrund wird grad ein bisschen, die verändert sich. Habt ihr es gehört? Nein! Nein! Äh. Was? Geh weg. Geh weg. Aua! Aua! Alter, was bist du denn? Aha. Da. Was war das für gerade für ein Typ. Typ. Also, der scheint nichts Gutes im Sinn zu haben. Ja, dieser brennende Reifen auch nicht. Ach, ich geh mal ne Runde schwimmen. Ähm, da seht ihr, der Junge kann nicht... Oh, aha, dort unten sind die Reifen. Also müssen wir die immer so runterkullern lassen. Verstehe. Okay. Komm runter. Komm, 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 komm. Gut. Ich hoffe, jetzt kommt keins mehr. Nein! Na los, 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 los. Alter, die wollen uns töten. Das sind so irgendwie solche Kannibalen oder sowas. Oder irgendeine Leute, die uns auf alle Fälle nichts Gutes haben. Ähm, die wollen uns auf alle Fälle töten. Das ist nicht gesund. So. Ich geh mal weiter. Alter. Seh dir das mal an. Hier sind... Menschen aufgehangen. Das ist doch ne Falle. Ne, ist ne Falle. wissen wir Bescheid. So. Och, da fliegt mir das Mikrofon runter. So. Nein! Hä? Okay, probieren wir nochmal. Ähm. Nein! Wir können ja auch nichts aufheben oder so. Ah, nein, äh, nein. Aber irgendwo muss dort ein Mechanismus sein. Irgendwo da ist ein, ähm, Mechanismus. Ja, ähm, scheiß auf Mechanismus. Das ist keiner. Der Typ ist dort hinten. Der löst immer die Falle aus. Das ist... Hm. Haben wir denn irgendetwas übersehen? Ich schätze nicht. Hm. Abbücken können wir uns aber auch nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht und ich... Ich habe aber keine Lust, großartig hier noch weiter zu sterben. Ja! Nein! Nein! Ich habe es... Ja, nein! Ach Mist, das waren zwei Fallen. Mist, ist das tricky. So, erstmal so ein bisschen nach vorne. So, und dann... Zack, und dann... Okay, da müssen wir schnell sein. Oder einfach zurücklaufen. Nein, zurücklaufen ist... ist eine doofe Idee. Gerade wenn man die falsche Taste drückt. Scheißen! Dreck! Aber fast. Fast! So. Hm. Nee, so laufe ich nur in die Falle hinein. Hm. Mist. Ha, dann... Ich überlege mal kurz. Ich probiere es noch mal. Hm. Ah, nein, Mist. Mensch. Ah, ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Oh, da freue ich mich gerade. Huhuhuhu. Ich hab's geschafft. Huhuhu. So. Äh, dort unten war auch noch eine Falle. Ey! Die Mistgöre. Die hat das Seil hochgezogen. So, dort unten war noch eine Falle. Genau, dort hinten seh ich sie schon. Ah, nein! 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 Mist. Mist. Ich bin tot. Okay, ich weiß, wie es weitergeht. Äh, okay. Los, 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 los! Los, 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 los! Los, die Spinne darf uns nicht kriegen! Los, 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 los! Oh, oh. Oh, je. Was, was? Mist. Hä? Nein, 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 ich komm doch nicht mal hoch! Ich komm doch nicht mal hoch! Ja. Igitt. Das ist ein Weberknecht. Das ist eine ganz humane, normale Weberknecht. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, mache ich erstmal Stopp und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich hierbei fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüssi! Und wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! .